um wenn ihr spending every day on your own and here it goes i'm just a kid and a life is a nightmare renee ja ja nochmal die jungs eben getroffen so leute guckt euch links diesen prachtkerl an ein gedicht damals schon high damals sah ich schon high aus hier mein erster schultag ich wurde nicht verhauen für das outfit ich war absoluter g damals absolut stylisch meine ersten schreibversuche unglaublich also damals sieht man schon das genie in mir und meine großmutter meine großmutter und der typ da oben der hat meine mutter gekriegt damals das war die zeit ich sage es euch ich sage es euch was süßkartoffeln angeht eins der heftigsten was süßkartoffeln angeht als der heftigsten rezept ich weiß noch nicht mehr ob thymian das hat echt gezügelt ob thymian oder majoran ich blende das mal eben ein und es geht weiter gott was habe ich der welt getan ich habe nichts getan nein 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 eben noch auf korrekt kinder bilder gemacht kinder bilder hochgeladen und jetzt womit habe ich das verdient ich bin so ein guter mensch ich bin so ein guter mensch das ist ein gedicht ich bin so ein guter Teil ich bin so ein guter